Hallo Leute, heute habe ich einen Raid für euch auf Streets, da war ich mit der AK-12 unterwegs und mit der DVL, beides ja ziemlich meta gemoddet und die AK-12 mit BT-Ammo, eine sehr gute Waffe, ist ja die neueste Addition seit diesem Vibe und ist die beste 545-Waffe, 700er Feuerrate und mit BT und im derzeitigen Stand vom Vibe, eine absolut krasse Waffe, im Endgame wird sie wahrscheinlich mit einer Mutant und einer HD gegen BP ein bisschen hinten dran sein, aber für jetzt eine wirklich gute Waffe und wie gesagt die beste 545-Waffe. Die WL hatte ich auch dabei für ein bisschen Shooterborne in Heaven, Sniper-Skills leveln und ich musste auch noch in Card-Dealer oben in den, ja ins Card-Dealer-Büro da was holen, der Ki hat mich 2,5 Millionen gekostet, nur dass ich die Quest machen kann, ja war ein Quest-Run, wie das halt so ist beim Questen, gibt es nicht so viele Kills, aber ein paar nette Situationen, ich dachte der Raid ist ganz unterhaltsam, wollte ich euch nicht vorenthalten, ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, Twitch.tv slash Outsider, würde mich freuen wenn ihr mal vorbeischaut, Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da, hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video, und jetzt viel Spaß. Entschuldigung, danke, danke, passieren solche Tage leider. Geil, da hoch. An Raven brauche ich. Kann verkaufen. Was für mir, FPS? Keine Ahnung. Geht schon. Geht schon. Es ist auch ein Blackburn. Raven, Raven, Bitcoin, Raven. Ja. Liegt's gescheit jetzt hier Leute, ich sag's immer wieder Bei Audio Setzt nicht auf Gaming Produkte Setzt nicht auf Gaming Produkte bei Audio Da kriegt ihr für dasselbe Geld Von einem renommierten Audiohersteller Mehr geboten Das geht bei mir auch auf 90 runter Blackburn, mal keine Sorge Also ich dachte, da stehen drei Auch eh komisch, ne? Ich lieg an Das Verschwommene ist weg Ähm, okay Der Nebel ist weg 80 reißen Natürlich locker Die Omen machen da keinen Unterschied Absolut richtig Der Nebel weg ist krass Ja, ja Und spiel bei mir mit Servus Das hier Teil ist ein Bug Müsst ihr immer sie reporten Hex? Ja, stimmt Hä, das ist allgemein Das liegt gar nicht an der Glasscheibe Das ist allgemein im Scope Oh shit Ah, den kriegen wir hier nicht Den Redmond auch Schauen wir mal kurz Ne Das ist bloß das Voodoo Der Nebel ist ja Ja, das ist ja Ja, das ist ja Das ist ja So, wo am I? I'm only in my screenshot. Der sieht jetzt hier eh ganz wild aus. What the fuck ist denn hier los? Der Raven haben wir keinen gefunden. Der ist hinter mir. Nee, mach's aus. Optics ist im Moment verpackt. Nooo. Er hat null gecheckt, woher ich schieße. Fuck. Aber wenn die nicht gesessen hat, dann weiß ich aber auch nicht. Oh, hat nicht gesessen gegen hier. Hä? Hä? Okay. 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 Das ist nicht mehr da, hör. Das ist ein Glibgermath-Eisglob-Lange-Berings. Das ist 4 von dem. Er hat gerade echt gebettelt, Mann, was zur Hölle. Ich höre aber keinen. Ich höre bloß einen mit Headshot von der DVL holen. Er packert sich unter mir. Ich weiß schon, ob ich den hier habe. SVT mit nichts. Was sind jetzt die vier Leute, von denen er geredet hat? Da ist es ein wenig dunkel, da hinten, ne? Ich bin schade. Muss hier irgendwo sein. Shit. Ein Player, der da rein ist. Nice. Shoot up one in heaven. Nummer eins auf Streets. Der Scaf hat ihn verkauft, ja. Ja, würde ich auch sagen. Boah, man sieht da gar nichts an. Und da misstabt es immer noch. Okay, man sieht aber so langsam gar nichts mehr. Das heißt, ich gehe jetzt an. Mal sehen, welche Exits haben wir. Ich bin ja nicht geschaut. Crashside Damage House. Ich glaube, er ist gerannt. Okay, aber der Nebel rendert zwar rein, aber er wird halt einfach dunkel, ne? Man sieht deswegen trotzdem nicht mehr. Er zieht zumindest. Vorhin eben war es klar. Ich weiß, dass ich die Tür auftreten kann, aber das ist der Zugang. Der ist hier in dem Treppenhaus Barracks, deswegen mache ich das nicht. Natürlich weiß ich, dass er da durch kann. Topo Meat. Danke für zwei Jahre mit Prime. Willkommen zur Gnaubofahle. Danke, dass du Prime mit mir lässt. Schön, dass du da wieder vorbeischaust. Und was soll ich sagen? Natürlich, Wasser im PC ist etwas scheiße. Ich hoffe, er läuft jetzt wieder. Und schön, dass du da wieder reinschaust. Das war kein Headshot. Das war der Typ, wie er gelaufen ist. Ganz knapp kein Headshot, ey. War da? Äh, der ist weg, Gigi. Schade, einen haben wir, aber... Gut, das heißt, wir gehen jetzt rüber... Ähm... In Autohandel. Jetzt sehe ich langsam nichts mehr. Wir gehen jetzt rüber in den Autohandel. Und, ähm... Machen die Quest. Genau, hier unten war er drin, hat sich geheilt. Lass er hier raus... Und gerannt. Oh, während er um sein Leben flehte. Ja. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Das war ein Player. Halt. Ich sage er zwölf, sehr gut. Nicht hundertprozentig Meter, aber... Äh, die beste 5-für-5-Waffe. Gammelst du hier drin, Mann? Wahrscheinlich der Team-Mate von dem, den ich da weggesnipet habe. Könnte ich mir vorstellen. Okay, ich hoffe, der Scrap-Boss ist nicht da. Okay, ich versuche es nicht, aber... Ist mir eindeutig zu dunkel. Was muss ich jetzt holen? Muss ich irgendwas jammen? Keine Ahnung, was ich hier machen muss. Den USB? Na, nehmen wir den. Nehmen wir noch ein wenig Loot mehr, dann gehen wir raus hier. Oh ja, nice. Gutes Cabinet hier. Kann man mit arbeiten. Aber am grünen Tisch ist ein Bitcoin? Wo? Das ist zwar kein Bitcoin IS, hast du gesehen? What the fuck, man? Ja, krasses Zeug hier drin. Es lohnt sich ja richtig, hier reinzuschauen. What the fuck? Das liegt doch immer noch, okay. Ah ja, nur die Ruhe. Liegt gleich auch noch da. Wie kriegt man seinen Chat dazu, Aktivität zu zeigen? Man übersieht irgendwas beim Looten. Da geht's ab. Ey, da ist der S und der S. Das hast du über... Ey, hier, loot mal jetzt schnell. Richtig getriggert. Richtig getriggert, ey. Holy fuck. Ja. Ja. Die halten mich was so jetzt. Okay, sie ist okay. Geh' noch schnell in der Grafiker und gehen wir. Scheiße. Ah, schade. Alrighty. Gut, Zeit hier raus zu gehen. Wird Zeit hier raus zu gehen. Carbon hab ich noch nicht gefeiert, ne? Ich hab's auch noch nie aktiv... Also ich hab ihn auch noch nie gesehen oder so. Und aus der Szene. Musik Schrauben. Ja, wenn du was brauchst von dem Scale, was du schon vorher siehst, dann würde ich nicht auf Streets laden. Aber ja, das ist natürlich mit dem Pilgrim, da hättest du dich richtig voll looten können. Streets ist eine mega krasse Karte, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die beste. Wie ist die AK-12? Sehr solide. Die beste 5-für-5-Waffe. Kaum mitarbeiten. Auf Streets kannst du alles finden, ja. Du suchst ein Item, geh auf Streets. Rühe Tipp. Funktioniert immer. Wie viele PMCs habe ich jetzt gekillt? Zwei nur, ne? Aber wir machen mal trotzdem Hallo YouTube aus dem Raid, oder? Der war doch gar nicht so schlecht. Ein paar nette Shots. Macht mal Hallo YouTube im Chat. Ist was gelootet. Zu K-Wahn rein. Den einen habe ich laufen lassen. Mittelmäßig. Wow. Ich habe mir bloß mittelmäßige Raids, wenn es um das Q1 geht. Alle bei Hallo YouTube. Da waren drei Kills. Eins, zwei, drei. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, aber... Ah ja, stimmt. Den unten in... Naja. Wen habe ich hier? Einen gesnipet? Der da? Wer ist der da? Vielleicht doch Nate? Der vor der Post? War ich denn den vor der Post? Ah ja, der vor der Post. Genau, der war einer. Der war einer. Ja, ja, der mit der SVT. Genau, den hat ich auch gemacht. To get away. To see you again. See you again. Been fighting ways. To get away. To see you again. See you again.